Es hat damals eine sehr elitäre Jazz-Reihe gegeben, die war Stefan Insali, die hat Kirsten Jazz-Life, die hat Helmut ins Leben gerufen und das war ein großartiger Konzert im Stefan Insal, das man sich nicht mehr vorstellen kann, dass so etwas stattfindet hat, vom Keith Jarrett bis zum Art Blackie, Sunny Rollins, alles gespielt, was damals Rang und Namen gehabt hat und es hat auch im Forum Stadtpark sehr viele Konzerte gegeben, allerdings mehr in die Free Jazz-Richtung und das ist etwas, was mich dann sehr berührt hat, die Konzerte mehr, als die im Stefan Insal, Helmut Detzak hieß er. Damals hat es eine legendäre Big-Band gegeben, die Jazz-Big-Band Süd hat sie geheißen, die der Sigi Feigl gegründet hat und viele Jahre geleitet hat, ich glaube in Summe waren es 19 Jahre. Und die haben damals, also davor im Kulturhauskeller gespielt, in der Elisabethstraße und aus irgendeinem Grund, den mir jetzt nicht mehr erinnerlich ist, konnten die dort nicht weitermachen, dann haben sie mich angesprochen, ob ich irgendwas weiß, wo man das aufführen kann. Das hat damals Monday Nights geheißen, nach einem großen Vorbild in New York, wo das noch heute gibt, diese berühmten Monday Nights mit Big-Band-Jazz, wo man jeden Montag Big-Band-Jazz mit dieser Band machen kann und dann ist mir eine Stockholz reingefallen und dann haben wir das da aufgebaut und hat zuerst ein ganzes Jahr lang jeden Montag hier die Jazz-Big-Band Süd gespielt, das war immer ein Dreitenfall, das war unglaublich. Die Bühne war damals übrigens da drüben noch, also dass wir die Tür öffnen konnten, raus ins Café und dadurch mehr sozusagen Publikumsfläche erreicht haben. Naja, und dann hat sich rundherum allmählich das andere Programm aufgebaut, kleinere Konzerte, internationale Musiker von Anfang an, das ist da hinten übrigens einer der allerersten, die dann gespielt haben, der Greg Harris, die da gespielt haben, auf der Bühne dann. Naja, und das hat dann so eine richtige Eigendynamik gekriegt und das ist sehr schnell sehr viel mehr geworden und mittlerweile ist es so viel, dass ich, nachdem ich praktisch alles Alarm mache, eigentlich fast ein bisschen überfordert bin. Es ist, man könnte vielleicht sagen, im erweiterten Innenstadtbereich sind die Jazz-Clubs angesiedelt. Wir zählen zwar nicht zum inneren Bezirk, aber wir sind genau an der Grenze mit Giacomini, aber es ist die Innenstadt, kann man sagen, genauso wie der Royal Garden Jazz-Club Innenstadt ist oder beim Doma-Wirt in der Lernhardt-Straßen gibt es jetzt im Keller unten auch einen sehr regen Jazz-Betrieb, zweimal in der Woche, voll da in den Innenstadt-Bereich, wo es sehr viele Jazz-Konzerte gibt, was schon ein bisschen abseits ist, das ist das Wiest in der Mosaufgasse, aber es ist mit der Straßenbahn auch nur, weiß ich, ein paar Stationen jedenfalls entfernt und andere Konzerte wie im Orpheum oder in der Generalmusikdirektion, die Jazz-Konzerte, was das ist, sind eigentlich auch im sogenannten erweiterten Innenstadt-Bereich. Nein, Graz ist da zu viel zu klar, dass man sagen kann, es gibt ein Jazz-Distrikt wie New Orleans in French Corner oder weiß ich was, in New York, Downtown oder sonst, das ist, das gibt's ja auch in Wien nicht, in Wien ist ja, ein Jazz-Club ist da und ein anderer ist da und es gibt nicht irgendwo ein massiveres Vorkommen von solchen. Ständig an Kämpfern sind die Veranstalter im Jazz-Bereich immer und nicht nur in Graz. In Graz vielleicht ein bisschen mehr als in Wien jetzt, weil es einfach dermaßen viel Veranstaltungen gibt. Es hat, das Kulturhauptstadtjahr 2003 hat allgemein einen sehr hohen Pegel erreicht an Veranstaltungen, der seit damals im Wesentlichen auch nicht zurückgegangen ist. Also damals sind auch viele, zum Teil sogenannte viele schlafende Hunde, das ist jetzt nicht abwertend gemeint, geweckt worden und die sind dann einfach geblieben auch. Ja, es ist ja irgendwie verständlich. Jedenfalls, es gibt sehr viel, seit damals ganz besonders und in einer Stadt mit der Größenordnung von Graz dermaßen viel Jazz ist natürlich ein hartes Leben für die jeweiligen Betreiber. Ja, und da müssen wir durch, aber es ist so, der Burschi ist genauso wie ich in der Hinsicht, wir glauben einfach an das, was wir machen und wir machen das mit Spaß und bleiben deshalb da.